Irgendwie hab ich das dummste Gefühl, dass man uns schon viel besser verstehe. Stimmt's? Oder hab ich recht? Auf jeden Fall wissen Sie jetzt, dass Frankfurt und Äppelwein zwar unzertrennliche Begriffe sind. Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, wie der Äppelwein entstanden ist? Ganz einfach. Den Reichsappel in der Hand flog Kaiser Karl zu meines Strand und hat, da er sehr abgehetzt, sich auf den Appel drauf gesetzt, und hat dir nicht an sich aus Versehen, denn so sitzt es gar nicht schön. Auf einmal aber spürt er was, greift an die Hose und ist ganz nass und lutscht dann dra, ui, schmeckt es voll und kreischt dann, das ist Äppelwein.